Habe ich noch keinen? Industrie-Ära? Lol, Alter. Ja, ich komm immer näher. Lol, du hast wieder 6 Punkten. Reich dazu bekommen, Alter. Oh, shit, ey. Eine diplomatische Delegation in meiner Hauptstadt. Grunnen-Steine von Harald hören sich doch gut an, oder? Die sind kacke. Habe ich hier noch einen Handwerker? Das sieht nicht danach aus, so blöde ich nur einen Handwerker aus. Naja, die sind immerhin jetzt tot, Leute. Woah. WTF, was ist das denn hier? Wir haben eine neue Quelle für Salpeter entdeckt. Alter, ich hab' noch nicht mal Salpeter gefunden. Was ist denn? Salpeter ist hier oben einfach überall. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal. Ich kenn' nicht mal. Ich hab' das noch nicht mal so erforscht. Was ist denn das? Ähm, Salpeter... ist... Schiedspulver. Oh, fuck. Das... Ich würd'n Spion machen. Ich würd'n Spion machen. Alter, das... Ich muss jetzt erst mal gleich noch mal was... eine spezielle Einheit ausbilden. Eigentlich bräuchte ich die Inquisition. Great Barrier Reef. Da ist ja eine Stadt. Ja, da ist eine Stadt. Ich heiße dich herzlich willkommen... im Great Barrier Reef. Geh' ficken. Damaskus, ey. Mich bitteschön, Damaskus... Claim Great Person! Wen hast du bekommen? Den, äh... Das hab' ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Anna Singa. Ne. Was? Äh... Ganz unten, als nach unten, bitte. Gain One Envoy. Alles klar. Großer General, achso. Genau. Den interessieren mich nicht. Dann schick' ich jetzt... Dann schick' ich jetzt mal noch einen an Dingens und dann krieg' ich... Was krieg' ich jetzt? Äh... Sechs. Additional Two Science in Every Campus District. Boop! Chia! Dong! Nice to meet you! Du hast Diamanten. Oh, hier oben ist so... Schießpulver hast du gesagt. Ja, Schießpulver. Das ist hier oben einfach so häufig. Da oben ist der Schießpulver. Warum kann... Oh! Das ist bei B gegen, Alter. Da ist richtig... Deswegen, äh... Ja. Du kriegst das ja eh schon. Ich hab' so viel Gold, was wir ja nicht mit dem ganzen Gold machen. In den Arsch stecken. Genau, ich wollte hier noch einen Händler machen. Äh... Purchase Item 9... Hast du in jeder Stadt nen Handelszentrum, oder wie kommst du dann zu viel Geld? Ich? Ich? Ja. Ich hab' fast allen Städten Handelszentrum, ja. Aber wir hast nen so viel Geld. Ihr habt auch mal 50. Plus 50. Ähm... Ja, ich hab' warte mal. Ich hab' Handelswege, die bringen mir richtig viel. 8... Plus 8... Plus 8... Plus 5... Plus 17... Plus 16. Und, äh... Warte mal. 1 Gold! Berichtern sehen? Äh... Genau, und... Meine Städte geben mir 60... 118... So was. Da hier ist schon wieder dieser Dreckschikismus, Alter. Also ich hab' mehrere Städte mehr richtig viel Gold... Ja, Schikismus hier... Mekka ist grad zweite Angriff von Schikismus! Ja, ich halteinya noch die Blahn auch. Die stehen grad noch ner Bibliothek... Ah, der Koloss von Rodos macht so'n paar... Und plus 100% durch Modifikation, das sind auch nochmal plus 59 Gold. Ach mein Gott, jetzt ist schon wieder der Reiter hier oben fast down, Mann. Ihr seid in der Reihe. Ich brauche jetzt Produktion. Wie komme ich denn an Produktion? Ähm, Industrie. Also baust du jetzt Groß-Zimbabwe, Patrick, oder nicht? Ich nicht, aber ich dachte Dominik. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich das brauche. Ich brauche die große Bibliothek. Den brauche ich keiner Dings. Brauche ich hier in der Stadt hin? Das ist so richtig dämlich, dass das Aquädukt hier noch nicht hinbauen kann. Handelszentrum, 19 Runden. Ja, meins braucht auch ein 11 Runden. So, was kriege ich denn, wenn ich nach Athen schicke? Zanzibar, 10 Züge, 10 Gold. Beijing, 13 Züge. Wenn ich irgendwo wieder noch einen Hafen hätte, damit ich meine Einheiten befördern kann. Der Speer, der geht mir nach dort. Der Reiter nach dort. Ich habe noch keine Karavellen davor. Ich fährt mir gerade auf. Ist nicht schön. Nicht gut. Ah, ich kann den Apostel ausbilden. Ich liebe diese Musik, ne? Ich habe gar keine Musik. Warum habe ich denn keine Musik an? Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Protestantismus gibt es. Das müssen wir erstmal direkt auslöschen. Protestantismus? Was ist denn Protestant? Ah, ja, das ist der Griech, der Dings. Was ist das denn? Protestantismus, kenne ich gar nicht. Nein, nein, ich kenne ich nicht. Was soll denn das sein? Protestantismus. Feed the world. Shrines and temples provide food. Aber braucht man nicht. Hier, guck mal hier. Work ethic. Ein Prozent mehr Produktion. So muss das nämlich sein. Wie komme ich denn in Mekka an mehr Produktion, Leute? Ach, deswegen habe ich auch so viel Produktion, weil ich katholizismus habe. Joll. In Mekka? Moment kurz. Äh, du hast ja doch so viele Bananen-Dingens. In Mekka brauche ich mehr Produktion. Ja, du hast doch... Mekka, die Stadt an sich hat nur eine Produktion. Das ist ja richtig wenig, also... Ich habe 44. In Giadong, in Peking, habe ich 30. In Han-Dan habe ich 8. Ich bräuchte... Wahrscheinlich muss ich da echt was machen. Hast du Patrick denunziert? Ja, ne. Das Problem ist, ich kann dort grad kein Dings bauen, kein Industriegebiet. Bestellung erst in 10 Runden. Hey, kannst du nicht ganz links? ganz links ist doch noch frei oder ganz links das äußerste panel der stadt ist doch frei oder welches in mecca ganz links links du meinst das was diese kleine stück vor der zwischen liverpool und mecca ist doch ein stück unbesetzt zwischen den beiden wasser das wasser das stück da rechts darüber das meine ich ja was ist mit dem regenwald ja genau da könntest du doch in den bauern oder da könnte ich was den bauern industriegebiet hast du zweimal ja ja ich weiß das wäre der beste platz eigentlich ich habe was habe ich wie viel denn jetzt inzwischen gorgo hat euch eine warnung geschickt was habe ich gewahr was habe ich dann jetzt schon wieder gemacht nur dieses nur weil dort nur weil ich dort nur weil ich dort ein paar ja lasst sie bitte vernichten ich bin nicht die die noch nicht ich liebe so sehr die kriegs einfach die ganzen wissenschafts wo die hinterher geworfen warum denn das wie kann ich die diamantmine bauen einfach nur mit mine ne geht nicht ich stehe mit bildern drüber darf kein kann keine mine bauen inquisition anleiten leute ich meine ich hätte das mal vor aber ich sehe es gerade nicht bei mir oder monstern michel das wollte ich oben bauen ja aber habe ich nicht ich habe es auch noch nicht 14 14 sind nicht okay wir fangen mal an mit religion verbreitern wir fangen mal an kolosseum 8 ich muss meine regierung wechseln kairo braucht es hier habe ich schon gemacht das ist ganz gut ich habe keine mauern wie kann ich denn große werke du kannst sie verschieben und sowas kann ganz oben links in der ecke hast du hast das button mit großen werken ja weiß ich aber da steht hier play palace tinochtitlan this slot can display great works of type sculpture bla 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 also ich habe great works 0 display spaces 2 also ich kann sachen anzeigen aber ich kann es halt ich kann halt keine machen du bist mir ist was richtig der mich ist aufgefallen je mehr leute ihr kauft desto teurer werden die leute das ist richtig das hast du nie ausprobieren ist noch nie passiert patrick hast du noch nicht bemerkt so rum noch nicht so wirklich da oben könnte ich eine stadt bauen eigentlich das wäre sogar ziemlich cool würde ich zwei wissenschaft kriegen kann man die chinesische mauer durch wasser ausziehen nein nein wir haben hier neu es war interessant zu wissen könnte man ja so ein bisschen die stadt grenzen austricksen wenn wir die chinesische mauer durch ist nur 12345 feldalarm ich habe jetzt schon angefangen die religion dazu verbreiten also lass mich dort alleine dann werde ich das ausradieren weil das ist alles wenn wir uns gegenseitig im weg stehen dann passiert das nicht passiert zu wenig du kannst dich um den rest um uns im athelen kannst du dich zum beispiel kümmern aber im moment ist militär eher weniger ich will erst mal alles ausbauen was ich kann in meinen städten und dann gehe ich auf militär nee nee ich meinte mit äh mit äh dinge das mache ich auch mit dinge ja ich brauche unbedingt so viele handwerker das ist unglaublich make deal kann ich ein deal machen mit dir ne doch kann ich so ich hätte geld sie hat kein gold boom Shinto so jetzt kommt die tusse die braucht noch zwei züge Jan Zanzibar hat über dieser Schwertkämpfer die mich richtig belästigen ja und was soll ich dagegen tun weg damit weg damit was soll ich äh ich kann das nicht machen tut mir leid ich sollte meine bogenschützen hier lassen wenn ich gleich salpeter hab das problem an den salpeter ist was du mir geschickt hast ich kann das noch nicht verwenden ich nicht nein weil ich das noch nicht erforscht hab deswegen muss ich grad warten bis ich das verwenden kann so jetzt sollten wir aber auch mal dauern gehen die sind immer noch nicht da und das ist der hat ein leben oder so ah ok mein fort hat natürlich auch noch ein rain strike das ist natürlich schön ja jotain kannst du gerne ja mal 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 rum mal 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 Ihr solltet euch so langsam Sorgen machen wegen den Touristen. Griechenland hat Touristen. Ich will Griechenland eh vernichten. What the fuck? Warum kann ich die Einheit nicht bewegen? Willst du mich verarschen? Apostel is available for... Ach so, ne, geht nicht, okay. Kann ich einfach nicht bewegen. Eine Inquisition ausrufen. Oh ja. Ich hab eine Inquisition ausrufen. Was macht das denn jetzt? Kann ich die Einheit nicht sagen? Sie soll jetzt nichts machen. Ich... Äh, ich hab eine Inquisition ausgerufen. Was hat das jetzt gemacht? Du kannst jetzt Inquisitoren ausbilden. Ähm, ich hab ein kleines Problem. Was? Inquisitor. Ich muss den Missionaren entweder Religion verbreitern oder ich kann meinen Zug nicht verbinden. Und ich will das nicht an dem Ort machen. Dann bände ich jetzt mal. Die Inquisitoren sehen ja richtig geil aus, Alter. Pass mal auf, wie die kämpfen. Wie viel kosten denn Inquisitor nochmal? Äh, 70. Ach so, ein Inquisitor kann man nicht sagen, ne? Alter, ich möchte echt hier, äh, mich in Städten so rumbewegen können. Ab wann konnte man nochmal, ähm, ne, Turschutzgebiete bauen? Keine Ahnung, irgendwann. Turschutzgebiete? Ja. Oder ist das relativ spät? Ja, ich weiß. Irgendwann, aber... Das interessiert mich grad richtig. So, Unity's orders. Die müssen da weg, so. Jetzt sind wenigstens die ganzen Barbaren hier oben weg, ey. Alter, haben die genervt. Jetzt rücken die schon wieder ran. Das muss ich fortifieren. Remove her- Heresy. Das heiden tun, Alter. Ja, Mann, Alter. Oh, fuck! Ich hab grad einen... Ich kann... Ich kann das jetzt nichts machen. Ist ja gut. Jetzt hab ich grad irgendwie so, äh, MW2-Mucke. Jetzt kann ich gar nichts machen. Jetzt muss ich einfach alles warten. What the fuck? Ich mach mal Stadtmauern. Du hast noch keine Stadtmauern? What the fuck ist los mit dir? Ich werd ja nicht angegriffen. So. Aber du hast... Du hast mit deinen Sperren... Ich kümmer mich um die Gabarbanian. Gleich. Nachdem mein Ritter... ...wieder voll ist. Das wär jetzt richtig scheiße, wenn ich den verlieren würde, Alter. So, jetzt zieh ich mal meine, äh... Was haben wir denn dort? Da ist ja ein kauernder Tiger. Was will er denn dort? Apostel 180, ey. Das könnte doch nicht dein Ernst sein. Apostel sind so fucking teuer. Wieviel kostet denn den Kackhändler? 180. Medina benötigt mehr Wohnraum. Ach, sag bloß. Da ist ja auch kein Händler. Da ist ja noch nichts. Oh, warte mal. Kornspeicher 130. Okay, dann warte, ich fahr' ich mal da drauf. Welcher ist denn jetzt? Der soll bitte schön nach dort laufen. Danke. Warte, Jan, kannst du mir das Dorf da oben lassen? Äh, nee, 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 das brauche ich. Jan, wie wir ja schon mit dem Reich gleich auf sind, haha. Alter, was, wie bist du denn mit dem Reich gleich aufgekommen? Echt, Junge, ich siedel gerade nur. Ich hab 17 Tourismus per Turn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Städte hab ich. Du bist in Reich deutlich weiter als ich. Warum? Ich hab 100 Punkte, du hast 100 Punkte. Achso, aber du hast insgesamt mehr. Oh, diese dreckigen Barbaren da oben. Alter, wie hast du das denn geschafft, ey? Mit Ausrichtungen und Technologien. Ach, du Scheiße. Wenn man das mit China richtig macht, kann du dann mega viele Boni sammeln. Ich merk's schon. Musst du einfach noch richtig durchlesen. Missionar Religion verbreitern. Religion verbreitern. Der geht nach dort. Wo muss ich? Der geht in ungefähr. Sanzibar plus 10 Gold und 4 Kultur. Das hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder? Ich glaub, ich geh mal auch nach Sanzibar. Da oben ist Salpeter. Was ist denn Pillage Road? Jan, warum hast du hier Mameluken mit... Achso. Ähm, Rampen? Wo? Ja, wuff. Ich hab doch gesagt, Tatushka muss fallen. Unterhaltungsverflex Handelszentrum oder Hafen. What the fuck? Warum muss ich denn jetzt so weit außen rum gehen? Was ist denn da los? Ich komm nicht mehr... What the fuck ist da los? Wie du... Mir Dina produziert, Kai, ich weiß. Speer ist zur Beförderung verfügbar. Ja, ja, ja. Oh, mein Speer ist tot. Ja. Ist schon lange tot. Nee, diese Runde erst. Ja. Ich würde gerne die Universität von Oxford bauen und das Ruhrgebiet. Ja, du möchtest alles bauen, Patrick. Ist mir scheißegal, ob du alles bauen möchtest. Ich will auch was. Und mit dem großen Leuchtturm, der wär auch nice. Pfff, jetzt halt mal deine Fresse, ey. Den bin ich schon am bauen. Den großen Leuchtturm? Ja. Äh. Sagt das doch nicht. Lass ihm doch seine Züge verschwenden. Ja, kann er ruhig machen. Also, du kannst den auch ruhig bauen. Ich baue auch eh nur noch... Äh. Also, ich brauche noch ein paar Tons. So. Der steht noch dort. Der geht schon mal noch... Alter, was soll denn das? Geht noch dort rein. Oh, Moment. Kann ich den überhaupt mal? Äh. Astronomie. Kontextfrei. Bist du endlich frei mit deinem Zug? Alter, Mann. Halt mal. Halt mal. Halt mal. Halt mal. Dingens ist doch eh noch. Oh, Dingens hat mich denunziert. Halt mal. Gorgor. Das ist ne Frau. Das ist so ne dumme Fotzer, Alter. Wie das jetzt richtig cool aussieht hier. Ich habe... Äh, das sieht echt witzig aus. Ich habe jetzt jeden Regenwaldfeld in Giadong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder, ne? Hat zwei Kultur. Ich habe auf den Diamantfeldern zwei Nahrung, sechs Produktionen, drei Geld und zwei Kultur. Und ich habe zwei davon. Mega happy. Äh, du klingst gerade wie Kutscher, Alter. Ich? Ja. Mir ist nicht aufgefallen. Ja, Alter. Jo. Schön. Jo. Jo. Du bist doch noch richtig so... Ich verhalte mich, Käpt'n. Ah, da muss ich mich enthalten. Nein, ich weiß ja nicht. Oh, die haben gerade Musketman aus... Musketman. Ja, natürlich greifen die meine Galere an. Was ist denn noch sonst? Jan? Ja? Wir werden ein bisschen, äh, mehr brauchen als nur einen Horseman. Pfff. Alter, what? Ihr seid schlimmer als ihr so fissen. Der Rest der Welt soll das erfahren. Huiuiui. Forschung abgeschlossen. Ausrichtung abgeschlossen. Ja, bei mir auch. Jetzt machen wir mal das hier. Jetzt mach ich mal Wirtschaftswesen. Oh, Theokratie hört sich doch ganz gut an. Das erforschen wir mal. Theokratie? Ja. Das hab ich schon längst. Köpper. Hä, wo ist ein... Warte mal, wo war ein Theokratie? Wer werden, wo ist ein Theokratie? Ja, irgendwo ein Theokratismus halt. Ich find's grad nicht mehr. Ach, da unten. Schüss, Civic. Maintain build to markets. Soll ich mit alterlichen Mauern jetzt bauen da? Das ist natürlich der beste Platz, wie ich mich erweitern hätte können. Ich kann mit meinen Inquisitoren nicht über die Grenze. Geht bei mir grad auch nicht. Oder der Protestantismus. Was ist mit dem? In Athen sind jetzt einfach vier Religionen. Athen? Ja. Ah ja, stimmt. Da hab ich mich auch grad eben vorhin niedergelassen. Wo ist denn meine? Da. Du bist eine Kultur und eine Wissenschaft durch internationale... Aber Sparta gehört bald mir. Die haben... Ich stell dir überhaupt nichts mehr zur Verteidigung auf. Da. Da. Da.